Hi, wir haben dich überzeugt und du möchtest eine Ausbildung bei der Firma Deal beginnen? Dann zeigen wir dir jetzt, wie du dich auf eine solche Stelle bewerben kannst. Du kannst dich entweder über eine Ausbildungsbörse wie zum Beispiel Azubio bewerben oder direkt über die Deal Homepage. Solltest du dich für eine Ausbildungsbörse entscheiden, wirst du automatisch auf die Deal Homepage weitergeleitet. Bei uns laufen also alle Bewerbungen über die Deal Homepage und genau das zeigen wir dir jetzt. Öffne zunächst einen Internetbrowser und suche nach der Deal Homepage. Oben rechts findest du den Button Karriere und auf der linken Seite dann die Stellenbörse. Wähle beim Level die Ausbildung aus und filter anschließend noch nach dem Standort, an den du deine Ausbildung machen möchtest. Wenn du das alles eingestellt hast, klicke auf Stellenangebote anzeigen. Nun werden dir alle Ausbildungsplätze angezeigt, die für dich in Frage kommen könnten. Wenn du deinen Ausbildungsplatz gefunden hast, klicke darauf. Hier siehst du noch einmal alle Informationen zur Ausbildung, also welche Aufgaben du erledigst und was du mit in unser Team bringen solltest. Am Ende kannst du auf jetzt bewerben klicken. Wenn du dich schon einmal bei Deal beworben hast, kannst du dich ganz einfach über dein Benutzerkonto einloggen. Sollte das deine erste Bewerbung sein, musst du zunächst die Stammdaten ausfüllen. Die Zeilen mit den Sternchen sind Pflichtfelder. Lade anschließend dein Bewerbungsschreiben, den Lebenslauf und deine Zeugnisse hoch. Und vergiss am Ende nicht, den Hack bei der Datenschutzerklärung zu setzen. Wenn du das alles erledigt hast, klicke auf Weiter und schicke deine Bewerbung ab. Nachdem du deine Bewerbung eingereicht hast, kannst du dich jederzeit in dein Benutzerkonto einloggen und den Status deiner Bewerbung einsehen. So, das war's. War doch gar nicht so schwer, oder? Mit ein paar Klicks kannst du dich also für die Ausbildung bei uns bewerben. Wir freuen uns auf dich!